Ah, da hinten sind sie. So, da kommen sie gleich wieder. Jetzt geht's, äh... Unten. Da. Jetzt kriegen sie nochmal Geschwindigkeit und ab dafür. Da oben sind sie gerade. Da. Und. Jawohl. Da kommen sie jetzt. Jawohl. Sehr schön. Ein Traum. Wuhu. Sehr, sehr geil. Also macht das auf jeden Fall. Das ist ein Träumchen. Nehmt euch eine Hotelübernachtung, holt euch die Jahreskarte und genießt das Feeling, bevor der normale Andrang kommt. So, da kommst du nochmal. Wunderbar. Sehr schön. Und die nächste Runde geht. Zwei Züge. Der Hammer. Und abbremsen. Das war's. Und wie gesagt, hier noch der Tower im Nebel. Ein wunderschönes Erlebnis. Das Schöne ist, man wird nicht angerempelt. Man hat wirklich frei Raum. Das ist echt Gold wert. Und nochmal Geschwindigkeit. Allein der Sound ist schon geil. Wetter ist, wie gesagt, ein bisschen trübe. Wuhu. Ja, Wahnsinn. Die sind immer so schnell. Oh. Eins, zwei. Zwei. Zwei Züge, drei Züge. Aber wie man sieht, nicht viel los. Also der normale Andrang kommt ja erst um 11. Na komm, machen wir nochmal hier als Abschluss. Schön. Wie gesagt, schöne Grüße aus Klugheim. Die Hotelübernachtung war ein Traum. Hat man ja bei Facebook schon gesehen. Und der normale Andrang kommt erst um 11. Der normale Gästeandrang. Wir vom Hotel haben halt eine Stunde, wo wir wirklich die Fahrgeschäfte ohne anstehen halt im Endeffekt fahren können. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Schöne Grüße aus dem Klugheim von Phantasialand. Macht das mal mit der Family. Ist es ein Traum? In der Hinsicht genießt es. Bilder folgen noch. Check it out.